Was ist denn, wo die hingehört? Hm. Fuhst du zu einer Boardingbahn? Naja, das ist mit ihm nicht so, weil die haben viele eigene Boarding-Kluten daheim. Also das ist ein Haus nicht mehr abgehört. Danke. Jetzt ein bisschen aufhören. F5 Schaden würde sein, entrindete Bäume, nur mal die Stümpfe da, komplettes Haus weg, nur mehr Fundament da. Da wird auch vom Zielkrankenhaus eigentlich kaum mehr was dastehen. Da wird nur mal das Fundament und vielleicht auch mit der Mauer oder so. F5 Stärke genau gegenüber der Schule. Jetzt ein bisschen rauf. Da hat es die Erde abgeräumt. Nehmen Dings da, nehmen Streifen. Da waren Kinder drin. Ja, da waren Kinder drin. Und das ist ein robustes Ziegelbauwerk, was vergleichbar ist mit einer robusten Ziegelbautenschule bei uns. Assonant. Das ist so assonant, so und dann so in die Richtung, in die Richtung Furtdome. Ich möchte die Erde abgeräumten. Untertitelung des ZDF, 2020